Das hat ja Bill Stewart bemängeln gehabt, im November glaube ich war das, da man zu selten den 5 gegen 5 trifft. Er ist natürlich mit dem Fingerzeig in Richtung Playoffs. Boah, Bretton Colt! Der konnte in der Dresdner Eislöpfen bekommen einen Superpass von Marcel Rockmann, müsste es gewesen sein. Und da hat Bretton Colt, lässt es sich nicht nehmen und haut das Ding rein. Sniper Cook mit seinem 21. Saisontreffer bringt die Dresdner Eislöpfen hier in Übertal in Führung. 1 zu 0. Ich wollte gerade noch sagen, in den letzten Spielen haben wir die deutschen Spieler getroffen und dann zeigt er genau das Gegenteil. Ja, Bretton Cook hat ja so eine kleine Durststrecke gehabt. Das erste DL2 Event geben hier in Dresden stattgefunden, zu Gast damals, die Lausitzer Füchse. Und er war für den Siegtreffer zuständig in der Verlängerung. Es gibt ja morgen auch ein Event hier in der Stadionkneipe. Ja, also wer möchte, kann sich da... Oh, Tor von Dresden! Torschütze, Thomas 22 müsste es sein, Thomas Schmitz. Ja, super, freigespielt da. Und dann nutzen die Dresdner Eislöwen ihr zweites Übertal-Spiel mit dem zweiten Tor. Und gehen hier mit 2 zu 0 in Führung. Bestes Beispiel sind ja eigentlich in der letzten Saison so Mark Sanjong gewesen. Und Justin Kurz genauso, beide mit Gehirnerschütterung, die ihre Karriere dann beenden mussten. Na, Cook setzt sich da durch. Und Tor! In dem Winkel. Wahnsinns Tor von Brenton Cook. Der setzt sich da durch. Die Fans verlangen eine Strafe. Brenton Cook spielt einfach weiter. Und Wölfel im Tor der Freiburger. Ohne Abwehrchance. Brenton Cook mit seinem 22. Saisontreffer. Ja, im ersten Spiel des Jahres gegen Kaufbeuren hat man ja das erste Drittel ist ja verschlafen. Das machen die Dresdner Eislöwen jetzt komplett anders. Führen mit 3 zu 0 im ersten Drittel. Aber jetzt natürlich wichtig auch. Aber auch Duda aus Schmitz zum Winkel Außennetz. Ja, ich lege jetzt die Range vor dem Tor mit Duda. Bauten Tor. Tor für Freiburg. Ja, Duda mit der Rückhand, wenn ich es richtig gesehen habe. Durch die Beine von Kevin Astihock. Ja, und dass der Brand gefährlich ist, haben wir schon im ersten Spiel hier gesehen. Die Gäste aus dem Breitgau verkürzen. 3 zu 1 nur noch. Ja, und damit hat Leo Sulak alles richtig gemacht. Setzt jetzt im Tor auf Lukas Menzer Tor. Radek Duda, der Torschütze, gerade nochmal bei seinem Torhüter gewesen. Abgeklatscht. Ja, der Abschluss muss kommen bei Freiburg. Blaut alles zu lange. Die Scheibe läuft ansonsten gut. Linsenmeier zurück zum Brückmann. Das muss der Abschluss kommen jetzt. Linsenmeier schießt. Nachschussmöglichkeit. Ja, und Martin Fasch verkürzt auf 3 zu 2. Nutzt die Überzahl. Und die Gäste kommen hier ran. Ja, man hat gedacht, Martin Fasch verpasste die Einschussmöglichkeit, aber legt sich die Scheibe einfach nochmal auf die Rückhand. Kevin Nastyuk war schon geschlagen am Boden. Und damit nur noch 3 zu 2 und die Partie wieder völlig offen jetzt. Ja, ins Ausland. In der Regel ging es nach Tschechien zum Eishockey dort schauen und in Kombination dann halt noch ein ERC-Spiel gucken. Und dieses Jahr eben die Reise nach Prag und Dresden. Ja, Prag auf jeden Fall auch immer wieder eine Reisewärmung. Und da gerne ein Tor für die Eislöwen. Ja, und es ist ein Ex-Freiburger. Mirko Sacher von der blauen Linie. Ich weiß nicht, ob da Verkehr war vor Lukas Mengsertor auf jeden Fall. Die Scheibe geht rein. Und das 4 zu 2 in der 42. Spielminute. Wir schauen auf die Uhr. Nein, das war noch die 41. Spielminute. Dresden mit dem 4. Treffer. Ja, und passender können die Dresdner gar nicht aus der Kabine kommen. 20 Sekunden. Zweikampf an der Bande. Dresden kann sich beschreiben. Ja, jetzt die dicke Möglichkeit hier einen Empty-Net-Goal zu machen. Pfosten und jetzt die Möglichkeit nochmal. Aber Dresden scheitert erneut am leeren Tor. Eric Valentin. Und diesmal ist es Nick Köhler, der hier den Deckel drauf macht. Zwei Sekunden vorm Ende macht er das 5 zu 2 für die Dresdner Eislöwen. Herzlichen Glückwunsch, Enrico. Danke, Frank. Die Dresdner Eislöwen bauen ihre Heim. Sehe damit aus. Es ist der 8. Heimsieg in Folge. Die letzte Niederlage stammt aus dem November damals noch im Dürbi gegen Weißwasser. Ja, mit einem ganz starken Drittel haben die Eislöwen hier den Grundstand für den Sieg gelegt. Ja, aufgrund des ersten Drittels. Ansonsten haben sich beide Mannschaften leistungstechnisch egalisiert. Und auch in meinen Augen drei Tore etwas zu hoch der Fußpunkt. Mit einem 4-2 kann man auch so Partie gehen. 5-2 ein Ticken zu hoch in meinen Augen. Ja, ich muss sagen, es war halt ein wichtiger Klackpunkt. War natürlich auch das 4. Tor von Mirko Sacher. So kurz nach der Pause. Wer weiß, wenn es länger eben 3-2 steht. Wie dann beide Mannschaften taktieren. Wie dann die Physis auch eine Rolle spielt.